Hallo und herzlich willkommen zurück zu Anno1800, dem Gameplay-Projekt hier auf der Stratigator. In der letzten Folge haben wir uns hauptsächlich um unsere Attraktivitätsinsel gekümmert und haben da auch noch außerdem neuen Einfluss generiert, den wir auch dringend brauchten. Jetzt haben wir, starten wir heute hier, denn ich wurde darauf hingewiesen, dass, ich hoffe mal, dass es hier gemeint war, dass es sein könnte, dass mir hier ein Teil fehlt, um das alles richtig zu verbinden. Dem Ganzen sieht aber nicht so aus. Ich nehme mal an, das war der Teil, der gemeint war, denn hier ist auch sonst alles gut angeschlossen. Dementsprechend vielen Dank auf jeden Fall für den Hinweis, aber es scheint alles gut zu sein hierbei, wenn es darum ging, denn dieses Lagerhaus gilt quasi als Verbindung zwischen hier dem Weg und hier dem Weg. Ja, das hat auf jeden Fall funktioniert. Gut, außerdem hat sich gerade einer unserer Captains gemeldet, dass sie zurückkehren, sogar von unserer Drei-Sterne-Expedition und wir kriegen, ach, wieder Items, ne, hui, hui, hui. Da hättest du mir aber was anderes gewünscht, sagen wir es so. Aber dann können wir gleich natürlich erstmal wieder, da wieder Leute losschicken auf Expeditionen. Das machen wir doch dann auch direkt mal, würde ich sagen. Ähm, denn wir haben ja zwei Schiffe, die hier wieder angekommen sind. Den Kraken, den könnten wir natürlich auch mal mitnehmen. Rüber in den Kap und dort ausrüsten. Da kommt tatsächlich noch eine Expedition jetzt gerade zurück, ist gerade wieder da gespawnt. Jetzt haben wir es mal gesehen. Und auch hier kriegen wir, naja, Sachen, die sind da. Also hier diese Flammenwerfer sind ganz nett, um die dann mitzunehmen für ein bisschen Gefechtskunde. Aber sonst, ich weiß nicht ganz, was ich damit anfangen soll sonst. Ähm, denn im Krieg sind wir nicht groß. Wir werden uns auch hauptsächlich, denke ich mal, aus dem Krieg raushalten und werden das Ganze über Itemkauf machen. Äh, über Insel abkaufen machen. Dementsprechend weiß ich noch nicht, wie viel Nutzen wir dafür jetzt noch haben. So, dann gucken wir doch mal, dass wir hier jetzt ein weiteres Schiff auf den Weg schicken. Erstmal laden wir natürlich ein paar Rationen ein mit ein bisschen Sekt. Wir laden zweimal Sekt ein, dann können wir eins theoretisch für ein Item über Bord schmeißen. Das ist, glaube ich, eine gute Sache. Dann nehmen wir für aufs Schiff einmal die Dame mit Heilkunst mit. Dann brauchen wir noch Gefechtskunde. Hier, 50 Gefechtskunde nehmen wir mit. Und dann brauchen wir noch Jagdglück. Ich würde sagen, wir gehen hier aber nochmal mit Gefechtskunde und Kampfkraft, die wir aber nicht ausrüsten können, weil es kein Kriegsschiff ist. Das heißt, das können wir auch nicht ausrüsten. Dann nehmen wir doch mal noch hier ein Allrounder mit. Und dann geht es jetzt wieder auf alle Items. Denn wir brauchen noch ein bisschen Heilkunst auf jeden Fall. Da können wir noch ein bisschen was mehr mitnehmen. Haben wir hier jemanden, der Heilkunst besser kann. Ja, guck mal hier, Sommelier Raymond. Aber bitte nur einmal, das reicht erstmal. Und dann nehmen wir hier nochmal den preisgekrönten Produzenten mit. Der kann auf jeden Fall auch einiges. Dich nehmen wir auch nochmal mit. Und dann gehen wir noch ein bisschen auf Jagdglück. Denn darum geht es ja eigentlich überhaupt nicht. Aber wir nehmen es trotzdem mal mit. Hier, noch Geschick dazu. Perfekt. Hier haben wir Geschick und Jagdglück. Lassen wir raus. Ja, Jagdglück und Kampfkraft nehmen wir noch einmal mit. Und dann nehmen wir doch noch einmal hier ein bisschen Navigation. Ja, wir nehmen nochmal hier den Herren mit. Rodrigo de Aranchero nehmen wir mit. Und dann kann es dafür auf jeden Fall schon losgehen. Und wir schicken noch eins unserer Schiffe hier ein. Unseren Muschelknacker schicken wir jetzt noch auf eine Runde hier. Auf eine zoologische Expedition diesmal. So, Jagdglück können wir direkt mal bleiben. Da nehmen wir den Herren hier auf jeden Fall noch mit. Und jetzt nehmen wir an Waren erstmal noch mit. Unseren lieben Sekt, das uns schon Redegabe gibt. Aber dann gehen wir trotzdem noch ein bisschen bei Schiffen auf Redegabe. Ich hoffe, da finden wir jemand Schönes. Redegabe 20. Kriegen wir irgendwas über 20? Redegabe 45. Dann nehmen wir nochmal Redegabe 20 mit. Und nochmal Redegabe 15. Aber an Waren nehmen wir natürlich nicht nur einen Sekt mit. Halleluja. Zum Glück ist das nicht schief gelaufen. Sondern alles direkt. Und dann kehrt auch unsere nächste Piratenjagd zurück. Das ist halt das Ding, wenn man sie parallel losschickt, dann kommen sie meistens auch parallel zurück. Und hier kam nichts wirklich Gutes mit. Schade. Aber kann man nichts machen. So. Können wir hier die Items nochmal auslagern. Und dann haben wir noch eine Piratenjagd über. Da schicken wir jetzt noch unser letztes Linienschiff drauf. Äh, unseren letzten Schlachtkreuzer. Der schon gut Gefechtskunde hat. Aber da gehen wir natürlich mit ein bisschen mehr noch. Gefechtskunde. So. Da geht noch was. Kriegsschiffe haben wir ja diesmal tatsächlich. Dann laden wir das hier auch nochmal ein. Dann sieht das alles schon viel, viel entspannter aus. Wir gehen nochmal hier so Gefechtskunde und Kampfkraft. Okay, das ist aber wenig. Dann gehen wir hier nochmal einmal Pure Gefechtskunde. Und dann gehen wir hier nochmal auf Kampfkraft. Und nehmen dafür dann noch. Ey, da haben wir aber nicht so viele, ne? Die hier jetzt gut sind. Dann nehmen wir tatsächlich, die beiden machen keinen Unterschied. Dann nehmen wir den Schleppermatrosen einmal mit. Und dann müssen wir auf jeden Fall hier nochmal auf Kampfkraft gehen. Kampfkraft und Redegabe hört sich doch super an. Und dann brauchen wir hier aber auf jeden Fall auch noch Glauben. Da haben wir einmal hier den Erzbischof. Und dann nehmen wir an Waren natürlich auch hier einmal Sekt mit. Um noch ein bisschen extra Redegabe mitzunehmen. Und natürlich die Ration. Dann kann es für die auf jeden Fall schon mal losgehen. Wunderbar. So. Jetzt gucken wir kurz mal im Cup vorbei. Wie schaut es hier unten aus? Oh, hier unten sind schön viele Rohstoffe angekommen. Ah, das ist toll. Da können wir ja hier fleißig ausbauen. Eieiei. Jetzt haben wir schon 3400 Attraktivität hier. Es geht voran. Es geht voran. Und dann haben wir natürlich auch noch eine relativ gute Besucherchance hier jetzt. 45 Prozent. Schön. Und wir haben jetzt halt eine gute Chance hier schon mal auf legendäre Items. Ähm, auch wenn die noch nicht so super stark ist. Aber wir haben zumindest schon mal eine solide Chance. Wie viele Items hatten wir hier denn noch? Wir hatten noch vier Stück. Eins, zwei, drei, vier. Das heißt, uns fehlen noch zwei. Dann gehen wir doch noch mal kurz in die alte Welt. Und haben hier oben noch ein Schiff stehen. Wunderbar. Und gehen noch mal kurz ein bisschen Items kaufen. Damit wir das Ding einfach einmal abgeschlossen haben. Und sagen können, wir haben das jetzt alles. Mehr brauchen wir nicht mehr. Ähm, gut. Da rerollen wir direkt noch mal hinterher. Wir nehmen natürlich wieder so ein paar andere Items noch mit. Aber dann wird es das hoffentlich. Ich hoffe wirklich, dass es das dann erst mal wieder gewesen ist mit Items kaufen. Ähm, und wir dann erst mal wieder ein bisschen entspannter einfach spielen können. Denn wir haben dann ja wirklich schon einiges wieder an Items gesammelt. Ähm, das lassen wir liegen. Den lieben Sapeur hier nehmen wir natürlich mit. Die müssen wir auch noch mal einsetzen. Wir haben noch einige Inseln, wo die nicht wirklich eingesetzt sind. Zumindest nicht richtig und nicht flächendeckend eingesetzt sind. Aber da können wir auf jeden Fall noch ein bisschen was rausholen. Haben wir hier auch noch Items drin? Nein. Okay. Dann parke ich euch mal ein bisschen weiter weg. Damit ihr nicht direkt da steht. Und mich irritiert jedes Mal. So. Aber das Schulbuch brauchen wir noch zweimal. So war es doch, ne? Hey, hier die Dame, ne? Die nehmen wir jetzt noch mal mit. Die nehmen wir noch mal mit. Von der bin ich großer Fan geworden, seit wir das in der neuen Welt aufgebaut haben. Und das können wir dann natürlich auch gut hier oben noch nutzen in den anderen Welten, ähm, um so eben unsere Holzproduktion zu verbessern. Und das werden wir auch mal, oh, jetzt habe ich eins überrollt. Ich weiß gar nicht, ob da jetzt irgendein wichtiges Item dabei war. Ich hoffe mal nicht. Ähm, ja. Und wir haben ja in der neuen Welt gesehen, wie mächtig das Ganze sein kann. Und das wollen wir dann natürlich auch nutzen. Wir nehmen hier den Blitz auch noch mal mit. Oh, jetzt kommen hier aber schöne Items. Er ist also hier schon mal in Feras wieder gezogen. Schmeckt natürlich sehr, sehr gut. So, dann geht es hierfür runter. Und dann wird hier das Schiff einmal ausgeladen. Und ich schicke das aber direkt mal wieder nach hier oben. Und dann kaufen wir hiermit schon mal weiter ein. Denn den Arek, den nehmen wir natürlich auch mit. Den Blitz nehmen wir auch noch mal mit. Ich glaube, den werden wir jetzt mehr einsetzen, den Blitz. Ähm, aber wir haben noch nicht einmal das Buch, was wir eigentlich suchen. Mr. Garrick haben wir noch oft auf Lager. Äh, nee, das ist es auch nicht. Hier, den könnten wir eigentlich auch noch mal mitnehmen für in unsere, ähm, in unsere Minen mit rein. Genauso wie die Dame. Wobei das natürlich auch nicht die Sachen sind, die wir jetzt wirklich haben wollen. So, hier nehmen wir aber die Industriekapitän auch noch mal mit. Und dann haben wir hier schon wieder ein Schiffchen voll. Das geht jetzt echt schnell gerade. Es sind auch wieder einige Items, die wir uns hier noch gönnen. Ähm, dann laden wir das Schiffchen hier wieder aus. Und ich würde sagen, wir schicken einfach die beiden Schiffe direkt mal hier hoch. Dann haben wir hier noch mal zwei auf Backup. Und nicht nur den einen, wie wir jetzt gerade eben immer hatten. So. Jetzt kamen aber schon länger auch keine Bücher mehr hier. Was ist denn hier los? Also keine wertvolleren Bücher mehr. Das lassen wir weg. Die Dame, ich nehme sie noch mal mit. Ich weiß nicht, wie oft wir sie brauchen werden. Wahrscheinlich werden wir sie nicht so oft brauchen, wie ich sie jetzt gerade die ganze Zeit kaufe. Aber sie wird uns auch erst mal nicht schaden groß damit, ne? Insofern gönnen wir sie uns erst mal. So kostet uns ein bisschen Geld. Oh, du kommst mir aber unbekannt fort. Ich nehme mich aber auch einmal mit. Auch wenn du nur 20 Prozent bietest. Dich nehme ich auch noch mal mit. Ähm, dann ist das trotzdem nur 20-prozentige Steigerung. Deshalb, ich finde, auch die grauen Items, wenn die einiges bringen an Produktivität oder sonst was, sollte man die nicht außer Acht lassen, beziehungsweise hier ist jetzt ein grünes Item. Hier, das muss ich mir noch mal kurz angucken. Zusätzliche Zufriedenheit der Schule. Aha. Nehmen wir mal mit. Den hatten wir, glaube ich, für unten in der Neuen Welt. Da wollten wir den einsetzen. Hatten wir aber nicht so oft zu der Zeit. Ich meine, das wäre unser Malus gewesen, was wir da dann im Endeffekt hatten. Aber hier haben wir noch mal die Industriekapitäne, die wir mitnehmen. Und irgendwie will das, was wir haben, tatsächlich nicht kommen. Beeinflusst Kraftwerk, produziert gelegentlich extra Öl. Wir nehmen den mal mit. Den kann man nämlich eigentlich ganz nett einsetzen. Moment, Kraftwerk? Kraftwerk sind das hier, oder? Ja, das sind Kraftwerke. Ich war mir jetzt mit der ganzen Bezeichnung nicht ganz sicher. Aber das ist das Kraftwerk tatsächlich. So, und dann tauschen wir hier direkt wieder ein Schiffchen aus. Denn wir haben die Items, die wir eigentlich wollen, noch nicht einmal jetzt. Das tut natürlich ein bisschen weh. Ich wollte eigentlich nur kurz einen Deckel drauf machen, dass wir uns mit dem Thema, hier Items zu holen, nicht mehr groß beschäftigen müssen. Sondern, dass wir einfach sagen können, okay, das haben wir jetzt erst mal abgehakt. Aber gut, scheinbar nicht hier. Oh, den preisgekrönten Produzenten. Da müssen wir auch ein bisschen mal drauf aufpassen, dass wir den noch ein-, zweimal mitnehmen. Der sieht auch nach einem starken Item aus. Auch wenn ich den ja noch wirklich nicht eingesetzt habe. Die nehmen wir auch nochmal mit. Ich glaube, die haben wir in der neuen Welt noch nicht drin. Wo sind die Flammen außer Kontrolle? Warum wird hier nicht ausgerückt? Los, 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 los. Nein, danke, Ben. Äh, nein, danke, Anne. Und unsere Expeditionen verlangen nach uns. Die ignorieren wir jetzt aber mal kurz gekonnt. Und machen hier weiter mit unseren lieben Items. Hm. Die aber nicht so richtig so fallen wollen, wie wir sie brauchen. Nehmen wir das? Ne, das lassen wir jetzt liegen. Wir haben das schon so oft. Ich glaube, so viel Arbeiter, Arbeitskraft werden wir gar nicht mehr brauchen. Werden wir die nochmal mitnehmen? Fischereien und Perlenfarmen. Ich glaube, die haben wir jetzt auch schon ein paar Mal. Die lassen wir, glaube ich, nochmal da. Oder nehmen wir sie nochmal mit? Komm, wir nehmen sie nochmal mit für die Jagdkraft auch. Das wird nicht schaden, dass wir sie haben. Wie bei den restlichen Items auch. Einmal runterfahren, bitte. Moment, was ist hier passiert? Anne hat uns den Krieg erklärt. Okay, alles klar. Waffenstillstand, komm. Ja, puh. Okay, alles klar. Ja, nee, war kein Sturm, war ein Stürmchen. Gut, dass ich da jetzt gerade die UI gekriegt habe, weil die Meldungen, die kamen noch nicht. So. Okay. Aber gut, dass es jetzt ein bisschen entspannter ist. Jetzt müssen wir hier natürlich mal ein bisschen stärker reinlektorieren nochmal. Damit wir hier negative Effekte verhindern. Eieiei. Und das dürfte natürlich auch unseren Lieblingen wieder ein bisschen schlecht aufstoßen. Beispielsweise dem George. Ich habe lang nichts mehr von dem gehört. Existiert der noch in der Arktis? Ja, der existiert noch vor sich hin so. Ja gut, aber ich möchte ihm jetzt auch keine Anteile abkaufen, denn unser Einfluss hält sich in Grenzen. Wir könnten einiges an Einfluss freilegen, wenn wir hier mal wieder bei Malsching irgendwie die Inseln wirklich mal übernehmen würden. Hier zum Beispiel, ja. Wenn wir die hier jetzt übernehmen, dann würden wir 17 Einfluss extra kriegen, wieder kriegen. Und Malsching würde hier seine Investoreninsel verlieren. Also wir haben ihn schon wirklich, entschuldigt den Ausdruck, wir haben ihn bei den Eiern. Also wenn der irgendwie aufmuckt, dann können wir ihm zwei Inseln instant abnehmen. Und dann steht der Rest auch nur noch kurz vor dem Fall tatsächlich. Auch wenn er sein schönes Militär hat. Was ist mit meinen Inseln bei Ali passiert? Ach, oh Gott, die habe ich aus Versehen weggeschickt da. Mit meinen Inseln vor allem. Mit meinen Schiffen meinte ich natürlich. Die habe ich vermisst. So, dann nehmen wir das hier nämlich direkt wieder das Schiff. Und ich möchte doch nur diese zwei Bücher noch haben. Komm schon. Jetzt sei mal nicht so, den preisgekrönten Produzent nehmen wir nochmal mit. Ernst, den Erzieher, nehmen wir den auch nochmal mit? Ja, wir nehmen den auch nochmal mit. Das ist nochmal ein bisschen was, was wir mitnehmen können. Ja, Eisenhütten und Schmieden nehmen wir auch sehr, sehr gerne mit. Denn das können wir auf jeden Fall noch gebrauchen. Und immer wenn ich diese 15 sehe, denke ich, geil, 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 geil. Aber nee, dann ist es meistens doch nicht so geil. Denn dann ist es meistens irgendwie was anderes. Aber das hier war ein richtig guter Roll. Malschings Fahrplan zur Leibeigenschaft. Und Feras Al-Sarami wird direkt eingepackt. Beides jetzt noch irgendwie mal ein bisschen in Richtung von unseren Schulen. Weshalb wir eigentlich hier sind. Da sind wieder die 15 Prozent, aber die falschen 15 Prozent. Und dann wäre ich ja auch schon wieder glücklich. Das würde mich ja schon wieder glücklich stimmen. So, das hat aber nicht gereicht. Jetzt müssen wir das Ganze hier nochmal auswechseln auf ein nächstes Schiff. Wir haben aber noch ein paar schöne Items dafür dazugekriegt. Ein Feras. Nochmal Malschings Leibeigenschaft. Beschweren kann man sich da eher weniger. Würde jetzt ein berühmter YouTuber sagen. So, das haben wir hier. Ne, das wollen wir nicht. Auch hiervon wollen wir niemanden. Wir rerollen schon wieder für eine halbe Million. Aber es ist halt auch nicht so schlimm für uns. Den Herren nehmen wir nochmal mit. Ich glaube, den haben wir schon einmal eingesetzt. Aber den können wir natürlich nochmal gut gebrauchen. So, hier haben wir nochmal die Industriekapitän. Nehmen wir die nochmal mit? Ja, komm, wir nehmen die nochmal mit. Aber jetzt lassen wir die dann auch erstmal wieder ein bisschen liegen. Denn die sind erstmal wieder gesättigt, würde ich sagen. So, 15%, 15%. Beides die falschen 15%. Schade. Auch hier 15% mit drin gewesen. Auch das falsch. Hier gar nichts mit drin, was wir auch nur annähernd brauchen könnten. Und hier auch nicht. Shit. Wir haben gerade aber auch nicht so viel Glück. Aber einen Feras nehmen wir natürlich immer gerne mit. Und den können wir für alles Mögliche einsetzen. Das macht ihn halt zu so einem starken Item, dass der überall Arbeitskräfte reduziert, Unterhaltskosten, Aufstandsgefahr. Das alles reduziert er. Und gibt dafür noch extra 50% Produktivität. Ist natürlich ein sehr, sehr starkes Item. Weil je nachdem, was uns gerade fehlt, können wir den einfach mit reinsetzen. Oh, da habe ich einen Saper weggeklickt. Den hätte ich gerne noch mitgenommen. Und dann können wir das eigentlich relativ schnell eben boosten, dadurch, dass wir ihn haben. Die Fenja, die lassen wir wieder hier. Mit der kann ich, glaube ich, nicht so viel anfangen. Noch ein Feras. Was ist denn hier los? Wir haben jetzt drei Feras in den letzten vier Minuten gezogen. Oder drei Minuten vielleicht sogar. Das ist natürlich mal eine Ansage. Ein Arek nehmen wir auch nochmal mit. Das ist ein sehr starkes Boot, was wir hier jetzt gerade haben. Ein sehr starkes Schiff ist kein Boot. Aber auch hier sind die Items nicht dabei, die wir brauchen. Und wir spielen uns so langsam ein bisschen mit unserem Geld runter. Wenn auch wirklich, wirklich langsam. Also wir haben noch einen sehr, sehr guten Puffer, was unsere Items angeht. Aber so langsam, äh, was unser Geld angeht. Aber so langsam hätte ich gerne mal diese zwei doofen Bücher. Oder haben die die jetzt mit einem Mini-Update, was ich nicht mitbekommen habe, hier raus entfernt? Wahrscheinlich nicht. Dementsprechend muss es ja eigentlich hier irgendwo sein. Unsere ganzen Bücher. Hier ist es auch nicht dabei. Aber immerhin ein erstklassiger Sapeur. Komm schon, hey. Also, so langsam hätte ich es wenigstens schon einmal gesehen, ne? Aber bisher war es nicht einmal da. Dafür Malchings Leibeigenschaft, wie sonst was, sage ich natürlich auch nicht Nein zu. Aber immer nur andere 15% irgendwas. Schade. Den Morris lassen wir sein. Den lassen wir hier. Nein, noch ein Feras. Unglaublich. Also, was wir hier an Ferasen ziehen, natürlich unschlagbar gerade. Was wir hier gerade an Ferasen ziehen, ist wirklich heftig. Ich meine, wir haben jetzt vier, fünf schon gezogen. In dem Verlauf jetzt. Wenn wir es hier auf einfacher Geschwindigkeit laufen lassen, dann schicke ich hier nochmal ein bisschen was hoch. An Schiffen. Denn, so wie es aussieht, werden wir hier doch noch einen Moment in unseren Items verbringen müssen, leider. Naja, dafür haben wir dann auf jeden Fall schon mal wieder ein bisschen was rangeschafft. Ne, lassen wir da. Hier die Sapöre weiter fleißig einpacken. Denn wir werden ja auch auf weitere Inseln noch expandieren. Selbst wenn wir jetzt theoretisch schon alles versorgen könnten. Also, da ist er. Da ist er einmal. Oh, und das nehmen wir auch direkt nochmal mit. Nice. Cool. Also, einmal haben wir es jetzt schon. Das heißt, es fehlt nur noch einmal. Jetzt heißt es Daumen drücken, dass es ein bisschen schneller geht als beim ersten Mal. Dass wir das jetzt finden. Hier haben wir es nicht. Hier haben wir es auch nicht. Und an den beiden Positionen auch nicht. Wen hatten wir hier nochmal? Die Meisterin der Schmieden nehmen wir noch einmal mit. Und hier ebenfalls nicht. Aber dafür kriegen wir hier nochmal den Bergmann, den ich auch, wie gesagt, sehr, sehr gerne entgegennehme. Auch wenn sonst immer in den Kommentaren geschrieben wurde, hier, lass mal die grauen Items und die grünen Items liegen. Es sind 20%. Es sind zwar nur 20%, aber es sind 20%. Stellt euch vor, 20% mehr bei jeder Mine. Sag ich dann nicht Nein zu. Gut, dann können wir hier jetzt nochmal. Hoffentlich ist das unser letztes Schiff, was wir hier voll machen müssen. Den haben wir eben schon liegen lassen. Was kann die Dame? Köhlereien haben wir leider gar nicht mehr. Werden wir wahrscheinlich auch eher weniger noch brauchen. Zumindest hoffe ich das natürlich auch, dass wir irgendwie unsere Kohle anders geschäffelt kriegen. Den Meisterbuttler nehmen wir auch mal mit. Ist auch eine Möglichkeit, den einzusetzen. Auch den Bergmann packen wir wieder ein. Den Sapeur packen wir wieder ein. Okay, ich glaube, wir werden noch mehr brauchen als dieses eine Schiff. Außer wir kriegen jetzt irgendwie in den nächsten... Ach, Maitings Fahrplan kriegen wir hier. Das heißt, den packen wir ein. Wir wollen den natürlich jetzt auch nicht verschenken. Ich bin jetzt auch überhaupt nicht böse, dass wir den gekriegt haben. Aber ich hätte mich ein bisschen mehr über das andere Schulding gefreut. Denn dann hätten wir jetzt hier mal unsere Item-Kaufsession wieder beenden können. Aber was uns natürlich das im Endeffekt spart, ist, später nach Items zu suchen. Zumindest nach Feras und so. Davon haben wir jetzt tatsächlich mal ein paar. Und dann können wir mit denen natürlich erstmal reinsetzen. Da. Ey, zweimal Maitings... Ne, aha, einmal Maitings Fahrplan und einmal das Mindestalter. Das lassen wir einmal liegen, das Mindestalter. Das brauchen wir nicht direkt. Ach, komm schon. Jetzt gib doch mal das eine Buch noch. Das kann doch nicht so viel seltener geworden sein seit letztem Mal. Ich meine, ich habe erst gestern, vorgestern aufgenommen oder so. Das kann doch nicht wahr sein. Ich glaube, es war sogar erst gestern. Nehmen wir beide nochmal mit. Und ich wollte gerade sagen, ich fühle es, dass das es ist. Ist es aber nicht. Schade eigentlich. Und mit Malsching haben wir verschlechtert. Tatsächlich schade eigentlich. Mit Malsching wollte ich mich gerne noch ein bisschen besser gut halten. Denn der hat noch eine, glaube ich, eine bessere militärische Flotte als ich. Und mit dem wollte ich nicht unbedingt jetzt in den Krieg kommen. Wenn es nicht sein muss. Und ich glaube, wir können uns das Ganze sparen hier. mit ihm in den Krieg zu kommen. Handwerkerhaus. Und Malschings Fahrplan zur Leibeigenschaft nochmal. Wird eingepackt. Den haben wir mittlerweile aber auch gut gezogen. Also den hatten wir ja auch mal gesucht. Und dann haben wir ihn überhaupt nicht gefunden. Aber mittlerweile haben wir den ja wirklich diverse Male hier. So, warte mal. Und dann können wir direkt mal wieder das eine Item einpacken. Das eine hier, was wir haben. Das eine Buch. Und dann kaufen wir hiermit weiter ein. Komm schon. Jetzt gib mir das. Liebe, liebe Buch doch bitte noch einmal. Denn ich will heute im Part noch ein bisschen was anderes machen. Sonst müssen wir es tatsächlich noch in den Part von morgen verschieben. Aber ich glaube, heute werden wir schon noch irgendwas geschafft kriegen. Und vor allem, wir lassen jetzt nochmal auf dreifache Geschwindigkeit laufen. Dann sammeln sich die Ressourcen noch schön im Cup ein bisschen an. Und dann können wir da bald weiter ausbauen noch mit unseren Schulen. Und kriegen dann immer mehr Attraktivität da. Und immer mehr Besucher. Und dann mit einer höheren Wahrscheinlichkeit immer wieder welche. Soll ich hier den nehmen wir auch nochmal mit. Wir sind jetzt gerade mal nicht geizig. Oh, da war ein Sapeur, den wir überrolled haben. Egal. Nehmen wir den Blitz auch nochmal mit. Ja, komm. Wir nehmen den nochmal mit. Der hat eigentlich nur positive Effekte. Insofern kann man sich den auf jeden Fall mal gönnen. Einen Arek nehmen wir auch nochmal mit. Und jetzt haben wir hier oben kein Schiff mehr. Weil ich keine mehr hinterher geschickt habe. Weil ich gedacht habe, die werden schon, wird schon passen. Schicken wir direkt nochmal drei hoch. Wir planen jetzt mal ein bisschen langfristiger. Denn diese Schiffe hier, die werden wir jetzt erstmal wieder ausladen. Mit ihren Items und mit Malsching und, 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 und. Und dann werden wir hier gleich weiterschauen. So, was hatten wir denn hier hinten eigentlich so drin? Hier hatten wir tatsächlich Malsching auch schon mit drin. Okay, hier auch nehme ich an. Jawohl, hier auch. Aber hier haben wir noch gar nicht den lieben Mr. Garrick mit reingesetzt. Der kommt dann natürlich noch mit rein. Das spart uns nochmal ein bisschen was. So, und dann kommen hier jetzt unsere Schiffe schon an. Und wir können dann hier einmal Items switchen. Auf das Schiff gehen wir dann erstmal. Und dieses Schiff kann direkt schon mal hier runterdüsen wieder. Und dann kaufen wir mit dem Schiff weiter ein. Ich habe es im Gefühl. Jetzt dieser Run mit diesem Schiff wird es, wo wir das Item nochmal ziehen. Und wo wir dann zufrieden gehen können. Den Herrn hätte ich jetzt gerade überlegt, ob wir den vielleicht sogar nochmal mitnehmen. Damit wir den einfach haben. Aber wir gehen erstmal die Berühmtheit abholen im Besucherhafen in Montpellier. Beeinflusst Kaffee Rösterei. 50% Produktivität. Gelegentlich extra Kaffeebohnen. Hallo. Hallo. Dich würde ich aber mal gerne in die neue Welt schippern. So, dann schicken wir direkt schon mal ein Schiff hier runter, dass er das gleich dann einsammeln kann. Das ist natürlich schon mal ein starkes Item. Jetzt haben wir es auch einfach weggedingst. Jetzt ist es auch egal. Arek nehmen wir mit. Der war für Bohrtürme. Wobei ich finde, der sieht so aus, als könnte er auch in der Mine arbeiten. Warum er das dann nicht macht. Da stellen sich die Leute vielleicht auch immer ein bisschen ein. Die Dame nehmen wir auch nochmal mit. Die kriegt man nämlich, oder kriege ich zumindest hier relativ selten. Und ich bin aber sehr, sehr zufrieden mit der. Obwohl wir sie noch nicht einmal eingesetzt haben. Weil die einfach einen krassen Boost hat. So unscheinbar habe ich doch falsch gelegen hier mit dem Glück. Ich glaube, Arek haben wir mittlerweile auch genug, oder? Ja, ich denke, mit Arek haben wir erstmal ein bisschen vorgesorgt. Wir sollten ihn vielleicht trotzdem noch mitnehmen. Fällt mir gerade auf. Aber wir haben ja noch Größeres vor hier bei dem Spielstand. Und insofern sollten wir den nicht verschmähen. Auch wenn es sich natürlich anbietet, den einfach mal nicht mitzunehmen auch. Aber ich denke, den sollten wir ab sofort immer fleißig mitnehmen. Komm schon. Was ist das da? Eisenhütten und Schmieden wieder nehmen wir mit. Okay, ich habe mich getäuscht. Wir haben es nicht in diesem Schiff geschafft, mit diesem Schiff zu optimieren. Schade eigentlich. Aber dann geht es hier mit Kühner Kobold 2. Kühner Kobold 2 kann doch nur gut sein. Da kriegen wir die Leib-Eigenschaft direkt einmal hinterher. Und dann noch das Mindestalter. Das Mindestalter lassen wir liegen. Mr. Garrick nehmen wir noch einmal mit. Und dich. Nehmen wir dich auch nochmal mit, Brindley. Ich glaube, wir nehmen dich nochmal mit für in den Cup. Ich weiß nicht, ob wir dich da schon einmal haben. Also eingesetzt haben wir ihn auf jeden Fall noch nicht. Und da haben wir es. Da haben wir das Buch. Wir machen das Schiff jetzt nochmal einmal mit guten Items voll. Und dann kann es für das Schiff auch runtergehen. Und dann können wir auch endlich rüberfahren in die andere Welt. Mit den zwei restlichen Büchern, die uns hier noch gefehlt haben. So, hier können wir erstmal fleißig auslagern. Und dann sollten wir uns tatsächlich nochmal ein bisschen damit beschäftigen, was wir noch zu tun haben. Denn wir können hier gleich natürlich zum einen noch ein bisschen weiter ausbauen. Und zum anderen sollten wir mal schauen, zum Beispiel hier. Die Stahlträger sinken hier immer weiter. Das heißt, unsere Stahlproduktion kommt ja einfach nicht weiter hinterher. Das liegt jetzt hier daran, dass hier kein Eisen ist. Okay, das ist natürlich doof, ne? Weil wenn hier kein Eisen ist, kann hier kein Stahl produziert werden. Wenn kein Stahl ist, können keine Stahlträger produziert werden. Das bedeutet, wir können nicht weiter ausbauen. Ärgerlich einfach nur. So, das bedeutet, wir sollten dafür sorgen, dass wir mehr Eisen kriegen. Also vielleicht mal unsere Sapöre, unsere Fehrrasse und so weiter und sofort einsetzen. Das wäre vielleicht mal tatsächlich der Way to go. Und hier ist das Schulbuch. Dann geht es hierfür einmal rüber ins Cup. Und dann laden wir hier einmal fleißig Items aus. Und dann sind hier theoretisch Schiffe bereit, um gleich die Items zu nehmen und die zu verteilen, damit wir ein bisschen mehr Eisenproduktion haben. Erstmal gehen wir aber ins Cup, schnappen uns hier die Springmaus und schnappen uns dadurch dann dieses Item für die Kaffee-Rösterei. Haben wir noch jemanden? Produktivität 25 Prozent nochmal. Den brauchen wir nicht da unten. Wir könnten den Flammenofen südlich gebrauchen. Waren wird die denn alle schon her? Wir haben ja keine Weltausstellung oder so. Waren die schon hier, als wir das übernommen haben? Das wäre möglich. Das könnte gut sein. So, auf jeden Fall haben wir hier volle Lager. Und das bedeutet für uns natürlich erstmal sehr, sehr überdimensioniertes Ausbauen. Hier kann nämlich nochmal das weitere Set rein. Ach, was heißt, was heißt ja das weitere Set, sondern ein weiteres Buch kann hier rein. Uiuiui, da haben wir jetzt aber gut was dazu gewonnen. 4.211 ist jetzt unser aktueller Attraktivitätswert. Und das ist noch nicht das Ende von hier dieser Ausbausession gewesen. Mittlerweile geht unser Einfluss aber immer weiter den Bach runter. Da müssen wir natürlich gleich nochmal nachsetzen. Denn jetzt können wir offiziell nur noch ein weiteres Rathaus bauen. Was heißt offiziell? Wir können nur noch ein weiteres Rathaus bauen, ohne da nochmal auszubauen. Und wir haben jetzt 4.700 Attraktivität. Wir sind also auf einem sehr, sehr guten Weg. Wir haben jetzt mehr als die Hälfte von dem, was hier drauf soll. Nein, knapp mehr als die Hälfte, weil der hier ist ja sogar nur knapp halb ausgebaut. Wir haben jetzt etwas mehr als die Hälfte ausgebaut. Das heißt, wir werden auch nochmal Ressourcen brauchen. Und es hapert tatsächlich hier am meisten an Ziegelsteinen. Damit habe ich gar nicht gerechnet. Schauen wir mal kurz nach unseren Expeditionen, was die so treiben. Und schicken die nochmal ein bisschen weiter mit extra Redegabe hier zum Beispiel. Und Heilkunst, die wir nicht haben. Es hat trotzdem funktioniert. Sehr schön. Dann gehen wir noch auf den Rettungseinsatz hier. Vielleicht kommen die ja tatsächlich auch mal mit guten Items wieder. Das wäre mal was. Und bringen wir nicht wieder Items, die wir schon 400.000 Mal haben und nicht brauchen. So, 110 Prozent. Und da kehrt unser Schiff schon von der Überfahrt zurück. Das ist wahrscheinlich das, was wir gerade eben hier rüber geschickt haben. Mit unseren zwei Extrabüchern. Jawohl. Und da kommt das in der neuen Welt auch noch an. Das geht dann natürlich direkt weiter nach hier unten. Dann können wir hier das Game nämlich noch ein bisschen abspice. und können, ja, dann kommt es wahrscheinlich hier mit rein, ne? Produktivität. Ah, da müssten wir hier jetzt aber, Moment. Produktivität plus 30 Prozent. Arbeitskräfte erforderlich minus 50. Das ist schon ein starkes Item. Dann kommt der mit hier rein, der Herr. Dann ist der zwar nicht optimal wegen der Produktivität eingesetzt, weil wir den natürlich dann hier oben besser nutzen könnten für mehr Leute. Aber dadurch, dass wir hier das mit der Arbeitskraft drin haben, Moment, wir können auch einfach das rausnehmen. Wir nehmen das hier raus. Da kommt der Herr mit rein. Attraktivität plus 10, zusätzliche Kaffeebohnen. Wir sind hier ein bisschen angestiegen. Und dann kann hier dieses andere Item rein. Mit den Getränkeherstellern plus 50 Prozent. Bin ich zufrieden mit, so wie das jetzt ist. So, und dann parken wir das hier mal zwischen. Dann haben wir hier noch ein variables Schiff auf jeden Fall. Ah, nee, wir haben eher eins. Ja, komm. Dann haben wir jetzt zwei plus Luftschiff. Ist auch in Ordnung. Dann können wir mal kurz hier mit der Einwohner-Quest gucken. Ja, willst du mir jetzt noch sagen, was zu tun? Oh, Geschenk. Cool. Was kriegen wir? Irgendwas Schönes. Komm. Sei großzügig. Jawohl, 20 Tortillas und 20 Schokolade. Hätte schlimmer kommen können. Sind wir ganz ehrlich. So, mit denen wollen wir noch verteilen. Das werden wir aber, denke ich, im nächsten Part noch machen. Hier nehmen wir erstmal noch einen Jörg von Malching. Jawohl. Sowas will ich sehen. Jörg von Malching. Nice. Dann gucken wir doch mal hier, ob wir hier irgendwo ein Eisendepot erwischen, wo zwei... Hier bauen wir ein Eisen. Hier bauen wir noch gar nicht ab. Eieiei. Das ist aber verschwendetes Potenzial hier. Ich dachte, hier würden wir schon alles abbauen. Ah ja, wahrscheinlich bauen wir hier nicht ab, weil ich gedacht habe, oh ja, brauchen wir ja eh nicht unbedingt, denn... Wir haben hier nicht genug Holz. Wir transportieren hier zu viel Holz ab. Okay. Dann sollten wir hier vielleicht auch mal die Bretter ein bisschen locken auf den Mindestbestand von 200. Denn die brauchen wir dann doch noch, um hier so die ein oder andere Straße zu bauen, nicht? So, ein bisschen was an der Straße wäre schon schön, wenn wir das so zwischendrin noch errichten könnten, ohne dass es da irgendeinen Ärger gibt. Und so, damit ist sie errichtet, kriegen wir hier noch eine Handelskammer hin. Theoretisch ja, platztechnisch, ja, sagen wir mal, geht so. So, und der Teufel fordert nochmal seinen Tribut. Und ich sage dem Teufel nicht heute. Denn wir gucken nur noch kurz, dass wir hier einmal Eisen. Was haben wir hier? Hier haben wir nochmal Kohle. Okay. Hier haben wir einmal Eisen. Hier haben wir zweimal Eisen, aber noch keine Handelskammer. Dann kommt hier jetzt eine Handelskammer hin. Und wir setzen hier jetzt einmal den Malsching ein und werden dann hier natürlich in der nächsten Folge noch ein bisschen ausbessern. Hier packen wir jetzt mal temporär noch einen Belüfter mit rein für 50% weniger Arbeitskraft. Wir kriegen also extra Öl und wir kriegen hier 70% extra auf unsere Eisenproduktion, die natürlich sehr, sehr wichtig ist dann eben für unsere andere Welt. Aber ich sehe gerade ein Eisenproblem dürfte es eigentlich nicht in der Versorgung geben. Da müssen wir einfach bei der Handelsroute nochmal gucken. Das machen wir aber im nächsten Part Anno 1800. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis morgen. Ciao.